Ich war auf der Gamescom 2024 und habe dort die Möglichkeit gehabt, Metro Awakening auf der PSVR 2 anzuspielen. Ab heute darf ich dieses Footage veröffentlichen und ihr seht hier mein Gameplay aus dem dritten Abschnitt der Gamescom-Demo. Ab und an bin ich mal ein wenig hängen geblieben, bis ich die Mechanik verstanden hatte, aber im Grunde genommen ist das Gameplay sehr gut gemacht und das Spiel sieht auch absolut fantastisch aus. Weitere Abschnitte folgen natürlich noch in weiteren Videos. Und jetzt viel Spaß mit Metro Awakening! ARD Text im Auftrag von Funk Ard Text im Auftrag von Funk HUN Mosk Stop! ARD Text im Auftrag von Funk Psst. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Spiders? 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 Das war's für heute. Was das? Oh, stop! If your mind's full enough of your own nonsense, you don't need Xander's as well. Control yourself already. Damn. I never trusted those who coined schizophrenia was contagious. Could it be that these tunnels are driving me crazy? Or something you will? Why did you throw your pills away, Yana? I might well use a couple of them right now. So let's go more. The bathroom is very cool. It's very nice. I can't do that. I don't know. I can't do that. I can't do that. So if I can't do that. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.